Das war, das hörte sich ganz gut an teilweise. Aber wisst ihr was, wir kommen so gerne dahin und damit ihr uns in der Zukunft noch besser verstehen könnt, wollen wir jetzt mit euch so einen kleinen Kölschkursus machen hier. Passen Sie mal auf, ich gucke euch alle mal an so, ne? Ich frage jetzt mal, mit dem nächsten Lied, ich frage euch ganz bewusst, sind ihr alle mit? Er hat doch anständig gefragt, das ist laut oder leise. Ich habe einen Grund, warum ich so blöd frage, ich habe einen echten Grund, ich frage nochmal, sind ihr alle mit? Das ist schön, wir freuen uns. Doch, pass mal auf, pass mal auf. Einige werden das Lied schon kennen, aber die meiste glaube ich nicht, pass mal auf. Es geht in einem Lied um zwei ältere Damen. Die eine Frau, die hat einen Hund, die andere eine Katze. Wir machen das jetzt so. Wir singen euch eine Strophe und einmal den Refrain und den Refrain müsst ihr wiederholen, okay? Und wer nachher von euch hier auf die Bühne kommt und da singen kann, der hat eine Nacht mit unserem Keyboarder gewonnen. Wieso mit mir? Der zweite Preis ist dann zwei Nächte. Der zweite Preis ist dann zwei Nächte mit ihm. Und der dritte Preis ist drei Nächte mit dem Boden. Jetzt brauchen Sie alle Familien. Okay, pass auf, konzentriert dich, wir machen, versuchen es mal. Aber jetzt machen wir diese Krätzchen. Wir kennen das Krätzchen. Die Blitfrau Schmitz vom Ätztestock steht auf dem Obdertrapp im Bettjagg und im Omerrock und hat einen großen Klack. Bis die Frau Latz vom Omerhus kommt mit einem besseren Stirn. Ihr fähscht an ihrer Dürre russ und dann geht los, das Spirr. Worin denn das hier schreit? Worin die Maulerei? Ja, die Frau schmitzt. Die Hände spitzt und die Frau Latz, die Hände Kanz und die Kanz. Und der Frau Latz, die Hände spitzt, 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 die Kanz. Und darum ist auch in den Krach und der Madau, weil die Latze kann, sie kratzt. Ja, die Frau spitzt. Hallo, Leute, 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 die Frau Schmitz, die Hände Kanz und die Kanz von der Frau Latz, die Hände spitzt, 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 okay, ihr könnt es doch weiter. Es fehlt als 70 Strophen, ihr lernt das. Zu Echter wird der Mühlgeschwad, so fängt das Spürtchen an. Doch hinterher wird ens gemat, der gehtet nix wie dran. In fünf Minuten ist im Gang die schönste Keilerei. Vom zweite Stock, der Dänze lang, der röfte Polizei. Der Schutzmann vom Revier schreit, nu, wat jittert hier. Ja, die Frau spitzt. Die Hände spitzt und die Frau Latz, die Hände Kanz und die Kanz. Und der Frau Latz, die Hände spitzt, 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 die Kasse. Und darum ist auch in den Krach und der Madau, weil die Latze, Katze, Katze, der war Wau. Ja, die Frau spitzt. Die Hände spitzt, 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 spitzt. Kanz, spitzt, 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 spitzt Die Schmitz und auch die Latz, die mit der Katz. Die Schmitz, die Hände dick, hier seh ich, die Latz ist erst zerkratzt. Als Zeugin ist Frau Erkelenz, geladen aus dem Haus. Und außerdem noch die Frau Denz, die zwei, die sagen aus. Der ganze dumme Streit kam durch ne Kleinigkeit. Die Frau Schmitz, die Hände schmitz und die Frau Lachs, die Hände katz. Und die Kass und der Frau Lachs, die Hände schmitz und spitze, spitze, katz. Und außerdem ist noch jede Kack und der hat auch. Weil die Latze Katze katz hat der Bau, Bau. Die Frau Schmitz, die Hände schmitz und die Frau Lachs, die Hände schmitz und spitze, spitze, katz. Und außerdem ist noch jede Kack und der hat auch. Weil die Latze Katze katz hat der Bau, Bau. Die Frau Schmitz, die Hände schmitz und die Frau Lachs, die Hände schmitz und spitze, spitze, katz. Und außerdem ist noch jede Kack und der hat auch. Weil die Latze Katze katz hat der Bau, Bau. Die Frau Schmitz, die Hände schmitz und die Frau Lachs, die Hände schmitz und spitze, spitze, katz. Und außerdem ist noch jede Kack und der hat auch. Weil die Latze Katze katz hat der Bau, Bau. Die Frau Schmitz, die Hände schmitz und die Frau Lachs, die Hände schmitz und spitze, spitze, katz. Dann rumpelst du dich auf den Kanal! Weil die ganze 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 Menge auf! Wuh, wuh, jetzt hier!